Von Petronellas Sorgen ahnten die Zwillinge nichts. Die Herbstferien standen vor der Tür und Lea freute sich diesmal ganz besonders darauf. Ann-Kathrin, ihre beste Freundin, fuhr mit ihren Eltern in den Urlaub und hatte sie gefragt, ob sie nicht so lange auf Bello aufpassen wollte. Lea konnte ihr Glück kaum fassen. Schließlich war Bello der süßeste kleine Hund der Welt und sogar ihre Eltern hatten schon zugestimmt. Dann war es soweit. Auf dem Weg in den Urlaub hielten Ann-Kathrin und ihre Eltern vor dem Müllerhaus. Vielen Dank, dass wir unseren kleinen Zerberus bei euch unterstellen dürfen, sagte Ann-Kathrins Vater und lud Körbchen, Fressnapf und was sonst noch alles zu einem Hundehaushalt gehörte aus. Kein Problem, lächelte Herr Kuchenbrand. Die Kinder werden sich gut um den kleinen Racker kümmern. Davon bin ich überzeugt. Ähm. Ann-Kathrins Vater blieb an der offenen Autotür stehen. Gebt ihm kein rohes Fleisch, das verträgt er nicht. Und keine Bananen, ergänzte Ann-Kathrins Mutter. Die verträgt er auch nicht. Er bekommt nur das Futter aus der Dose, versprach Leas Mutter. Ann-Kathrin gab Bello einen Abschiedskuss zwischen die Ohren und drückte Lea dann die Leine in die Hand. Pass gut auf ihn auf, sagte sie mit belegter Stimme. Und schick mir jeden Tag eine Nachricht mit Bild. Mach ich, versprach Lea. Wir müssen los, drängte Ann-Kathrins Vater und hielt seiner Tochter die Tür auf. Die stieg ein und schon ging es los. Lea hielt Bellos Leine fest in der Hand. Der kleine Hund bellte zwar aufgeregt, als er sein Frauchen davonfahren sah, aber als Lea ihn dann mit einem Leckerli ins Haus lockte, folgte er ihr bereitwillig. Nachdem Bellos gesamte Hundeausstattung verstaut war, nahm Lea ihn an die Leine und ging mit ihm hinaus in den Garten. Wir müssen ihn unbedingt Petronella vorstellen, meinte Luis, der den beiden gefolgt war. Na klar, ich bin gespannt, was sie zu ihm sagt, lachte Lea. Luis grinste. Vielleicht kann sie ja die Hundesprache. Dann könnten die beiden sich unterhalten. Oh ja, lass uns gleich nachsehen, ob sie zu Hause ist. Schnell sausten die Kinder mit Bello durch den Garten. An Petronellas Apfelbaum machten sie Halt und zogen an der Klingelschnur, die die Apfelhexe eigens für sie angebracht hatte. Schon sauste neben ihnen die magische Strickleiter herunter. Hallo ihr Lieben, rief die kleine Hexe von oben. Kommt schnell rauf. Wenn ihr euch ein bisschen beeilt, könnt ihr noch beim Kuchenschneckenwettrennen zuschauen. Ich habe auf die Nummer drei gesetzt und bin gespannt, ob sie gewinnt. Ein Kuchenschneckenwettrennen, das klang spannend. Leider konnte Bello keine Strickleitern raufklettern und deshalb wurde nichts daraus. Wir können nicht zu dir nach oben kommen, rief Lea zurück. Wir haben Besuch. Eigentlich wollten wir ihn dir nur kurz vorstellen. Jetzt wurde Petronella neugierig. Ihr habt Besuch? Von wem denn? Die Zwillinge lachten. Er heißt Bello und ist Ann-Kathrins kleiner Hund. Sie ist mit ihren Eltern in den Urlaub gefahren und bis sie wiederkommt, ist Bello unser Feriengast. Den kleinen Kerl muss ich mir ansehen. Wartet, ich komme runter. Die Strickleiter wackelte und dann stand Petronella auch schon neben ihnen. Lea musste Bello kräftig festhalten, damit er nicht an ihr hochsprang. Lass nur, sagte die Apfelhexe. Hunde sehen besser mit der Nase als mit den Augen. Er will mich nur kurz beschnuppern. Sie lächelte. Aber vielleicht kann ich mich ihm auch in der Hundesprache vorstellen. Wuf, 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 wuf aus. Sofort fiel Bello ein und sie hörten erst auf, als Luis sich die Hände auf die Ohren presste. Er scheint ganz sympathisch zu sein, stellte Petronella fest. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Über was habt ihr euch denn unterhalten, fragte Lea gespannt. Ach, über dies und das. Er findet euch übrigens sehr nett und ist froh, dass er den Urlaub nicht in einem Hundezwinger verbringen muss. Natürlich habe ich ihm gleich gesagt, dass die Tiere in meinem Garten nicht gejagt werden dürfen. Und er hat es mir versprochen. Und dann? Dann haben wir das gemeinsame Jodeln angestimmt. Das macht man so in Hunde- und Wolfskreisen, antwortete Petronella. Aber jetzt muss ich wieder hoch. Die Kuchenschnecken sind ganz wild auf das Rennen und ich möchte nicht, dass sich eine von ihnen vorher verkrümelt. Leider waren nicht alle von Bello so begeistert wie die Zwillinge und Petronella. Nachdem die Apfelhexe wieder in ihr Apfelhaus zurückgekehrt war und Luis zurück ins Müllerhaus ging, weil ihm kalt wurde, spazierte Lea mit Bello zum Hühnerstall. Sie wollte den Hund Neufretete und Co. vorstellen. Machte Neufretete das Leithuhn, als sie den Hund erblickte. Und ihre Kolleginnen, die noch eben im Sand geschart hatten, hoben sofort die Köpfe. Machten sie beunruhigt. Ihr braucht keine Angst haben, beruhigte sie leer. Das ist Bello, der ist ganz lieb, wollte sie sagen. Doch da war es auch schon passiert. Bello liebte Hühner, vor allem, wenn sie so schön gackerten und flatterten. Er ruckte einmal kräftig an der Leine und schon rutschte sie leer aus der Hand. Mit fröhlichem Gebell stürzte sich der kleine Hund auf die Hühner. Er wollte ihnen nicht wehtun, er wollte sie bloß ein bisschen jagen, denn in ihm steckte ein Terrier. Jetzt schoss er kreuz und quer durch das Gehege und schnappte vergnügt nach links und rechts. Die Hühner rannten kopflos durcheinander, sie gackerten und flatterten wild mit den Flügeln. Lea blieb vor Schreck fast das Herz stehen. Bello, aus, 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 böser Hund, bei Fuß. Doch Bello kümmerte sich überhaupt nicht um sie. Sein Hundeherz lachte bei all dem Spaß. Und ein bisschen lachte er auch über Lea, die immer wieder ins Leere griff, wenn sie versuchte, ihn zu erwischen. Dann bekam sie ihn endlich zu fassen. Die Hühner hatten sich längst in Sicherheit gebracht und saßen böse glucksend auf ihren Schlafstangen. Ihr Urteil über diesen Gast stand fest. Sie hegten eine gewaltige Abneigung gegen ihn. Pfui, schimpfte Lea. Das war nicht lustig. Sie zog Bello mit sich fort und er folgte ihr mit hängenden Ohren. Der kleine Hund wusste gar nicht, warum Lea sich so aufregte. Sie hätte lieber mitmachen sollen. Petronella hatte schließlich nichts davon gesagt, dass es auch verboten war, Hühner zu jagen.